Wenn der Bölli zweimal bieselt. Kindsein ist schwer, Erwachsen werden noch mehr. Coming-of-Age-Filme. Ganz ehrlich, ich werde jetzt bald 40 und noch kein Mensch hat sich für irgendwas interessiert, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Das stimmt doch gar nicht. Ich bin halt jetzt ein bisschen geil nach Fame. Herzlich willkommen zum Telehorst, Horst, Horst, Horst. Ein bisschen fehliger, ich jetzt habe. Telehorst, herzlich willkommen. Geil nach Fame. Telehorst, Horst, 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 Horst. Oh, das finde ich aber schön, das ist ja ein Thema, das gefällt mir sehr gut. Ich bin gespannt, ich stehe aber noch ein bisschen auf dem Schlauch. Ist ja nichts Neues. Haben wir alle Rekord gedrückt? Nicht, dass es wieder nach hinten losgeht. Ja, bei mir ist eine Waveform. Bei mir auch. Und da ist auch ein kleines Bötchen drauf. Und auf diesem Bötchen ist ein Inder und ein Tiger. In deiner Waveform? Ja. Krass, nicht schlecht. Auf dem Weg nach Kalala, glaube ich. Ich frage jetzt lieber immer dreimal nach, nicht, dass das wieder, dass jemand nicht auf Aufnahme drückt. Entschuldigung. So was wird uns nie passieren. Erstens einmal und zweitens, was uns auch nie passieren würde, das wäre, glaube ich, dass, also wenn wir irgendwie einen Crossover-Podcast machen würden mit einem anderen Podcast, dass wir uns vorher nicht über die Aufnahmemodalitäten unterhalten. Schönen Gruß an dieser Stelle. Ja, und somit herzlich willkommen zum Telehorst Nummer 23. ist ein schönes Thema heute, denn so wie wir auch älter werden, so werden auch manche Figuren in Filmen älter und erwachsener und das nennt man dann Coming of Age. Stimmt's, Stu? Ja, das stimmt. Wir sprechen heute. Hast es du ausgewählt, oder? Ja, es ist mein Thema. Es ist mein Thema. Ich habe das Thema ausgewählt namens Kind sein ist schwer, Erwachsen werden, noch mehr Coming of Age Filme und ja. Aber ich bin immer noch so ein bisschen bedroppelt wegen diesem gescheiterten Crossover. Das heißt, der liebe Andi und der liebe Max müssen mich jetzt aufbauen. Ja. Daran liegst du. Ich wollte gerade fragen, irgendwie klingt das alles so ein bisschen depri heute. Ich dachte schon, ist irgendwie so eine, bei euch auch so eine, man kann das ja auch mal hier, wenn ihr das in zwei, drei Jahren hört, um das hier mal zeitgeschichtlich einzuordnen, später mal. Ich dachte, so die allgemeine Katerstimmung wegen dieser Kacke, wegen dem Lockdown schon wieder. Mir geht es zumindest ein bisschen so. Katerstimmung ist das falsche Wort, weil man kann ja nicht in eine Kneipe gehen zum Beispiel. Aber trotzdem. Du, ganz ehrlich, du hast beim Crossover bewiesen, dass du nicht in die Kneipe gehen musst, um dich zu betrinken. Ganz ehrlich. Aber du hast es nur uns bewiesen, denn der Rest der Welt wird das nie zu Ohren bekommen. Zum Glück. Also ich fühle mich so ein bisschen so, wow, so meh. Zum einen, weil das Crossover nicht funktioniert hat. Das heißt, wir haben es aufgenommen. Also wir haben es nicht aufgenommen, wir haben es gemacht. Und dann wegen Lockdown. Und dann auch, weil ja aktuell noch die US-Wahlen laufen. Und aktuell sieht es danach aus, dass Joe Biden gewinnt. Der braucht noch sechs Wahlmänner. Und ich mache jetzt mal ein politisches Statement, aber ich raffe es einfach nicht, dass die Ergebnisse so knapp ausfallen. Selbst da, wo irgendwie Biden gewonnen hat, dass die teilweise wirklich so 51 zu 49 Prozent sind, wenn man halt vier Jahre gesehen hat, was diese orangefarbene Asipavian angerichtet hat. Tut mir leid, aber das regt mich auf. Ich bin furchtbar, furchtbar. Aber wir sind ja kein politischer Podcast, deswegen sei nur gesagt, Donald Trump ist scheiße. Ja, aber ich meine damit, das ist ja jetzt kein Geheimnis. Also ich glaube, dass sogar viele Leute, ich weiß gar nicht, wie viele Leute den einfach wählen und sich dabei denken, keine Ahnung. Heute zünde ich mal die Wohnung an oder sowas. Vielleicht sind das so Dinge, die das so nebenher machen. Ja, vielleicht ist das alles so Katastrophentourismus irgendwie. Also ich glaube, der Unterhaltungsfaktor wird jetzt dann schon sinken, sagen wir mal, wenn der Typ weg vom Fenster ist. Also es wird jetzt noch ein bisschen länger. Also Unterhaltung ist natürlich auch das falsche Wort, wenn man natürlich einen schwarzen Humor hat irgendwie. Naja, aber lassen wir das. Es gibt Leute, die stecken sich Böller in den Arsch und zünden sie an. Und das ist für mich so ein bisschen das Pendant dazu. Also ich trinke mal leckeres Adelholzener heute. Wie hast du das bekommen? Tatsächlich über einen uns sehr bekannten Getränkelieferservice. Punkt. Aber Max, Getränkelieferservice, erklär mir das. Ja, das ist so. Also es gibt seit 1996 in etwa so eine Erfindung, die nennt sich Internet. Oh, Wahnsinn. Die kann man bedienen mit seiner Schreibmaschine, mit seiner verkabelten und da geht man dann auf so eine Seite, muss man sich vorstellen wie so ein Notizboard und da gibt man dann Durstexpress.de ein. Durstexpress.de steht für Deutschland und Durstexpress für den Namen, also da kann man bestellen. Das ist ja eine tolle Erfindung. Ich will hier mal ein bisschen die Underdogs nochmal promoten. Also hier, liebe alle Münchner, schaut mal vorbei beim frischen Bier. Während diesem Lockdown haben die jetzt zum zweiten Mal ihren schönen Bierkurier aufgemacht. Der Max hat es auch schon gut gepostet. Die kann man natürlich noch eher unterstützen. Da gibt es auch besseres Bier, da gibt es glaube ich auch Anti-Alk, keine Ahnung, da gibt es alles. Auf jeden Fall zur Zeit vielleicht lieber da bestellen als beim Durstexpress, weil die haben uns ja immer noch nicht gesponsert. Also wie gesagt, wir würden uns erstens mal mit einem frischen Bier natürlich auch gern mal zu einer Kollaboration. Ich meine, Stu kennst jetzt nicht, der ist Kölner, aber du musst dir vorstellen, wenn dein bester Freund irgendwie sagen wird, ich mache jetzt eine Kneipe auf. Aber Max, du bist doch mein bester Freund. Okay, stell dir mal vor, ich würde jetzt sagen, ich mache jetzt in deiner Hood eine Kneipe auf, aber ich will die so ein bisschen klein und gemütlich halten und so ein bisschen, ja, so nach meinen Vorstellungen, auf der einen Seite ein bisschen rustikal und trotzdem wie so ein Pub vielleicht ein bisschen, dann käme das frische Bier dabei raus. Mit, ja, es ist so, der Pächter, ne, nennt man das Pächter? Doch, doch, er ist gleichzeitig auch Brauer von einem Münchner, ich weiß nicht, es ist kein Craftbier eigentlich, oder? Nö, bei Tillmann gibt es ein Helles, da gibt es aber mittlerweile Helles, Weißbierpils, Craftbier gibt es mittlerweile auch, Starkbier, alles mögliche, Radler gibt es auch glaube ich mittlerweile sogar schon. Und ein Alkoholfreis, die hat ein sehr leckeres Alkoholfreis. Die haben die schönsten Etiketten der Welt, die gibt es aber auch mittlerweile deutschlandweit, also es du, wenn du einen guten Getränkemarkt irgendwo hast oder so, Tillmanns, muss man mal auschecken, super. Und es schmeckt wirklich, tatsächlich, bei vielen Bieren, die jetzt irgendwie mit schönen Etiketten daherkommen, da sagt man, ja, das schmeckt gut, das ist jetzt das beste Bier der Welt. Und ich würde sagen, das Tillmanns hat wirklich einen, einen unvergleichlichen Geschmack. Also ich das damals getrunken habe, es hat eine sehr nussige Note, also Leute, die Nüsse mögen, die Nusseis gern zum Bier essen, die, würde ich sagen, die werden mit dem Bier hellauf begeistert sein. Ja, okay. Ich fand es sehr gut und habe da auch einen kleinen Aufsatz darüber geschrieben und so. Und da stand hinten, glaube ich, auf dem Klappentext sowas in die Richtung, ich habe das jetzt gerade nicht rumliegen, aber da stand irgendwas mit Religious Journey, Coming of Age and Adventure Story oder so. Und dann wusste ich noch, ich habe den damals im Kino gesehen, ich hätte das anfangs jetzt auch erstmal natürlich nicht unbedingt als ersten Coming of Age Film verordnet, so. Aber dann dachte ich mir auch, komm, das macht Sinn, ich habe mal Bock, den wieder zu schauen auf der Leinwand, macht der auch Spaß, ist ja visuell auch einigermaßen beeindruckend. Und dann habe ich den genommen, weil es mich auch interessiert hätte, was ihr dazu sagt. Und wie gesagt, ich habe den vor, wann kam der raus? 2013, glaube ich, oder so. Also jetzt auch schon sieben Jahre her, deswegen dachte ich mir, schaue ich mal wieder. Und das habe ich gemacht und deswegen. Ich muss uns eh auf die Schulter klopfen, denn was das Thema Coming of Age angeht, finde ich, haben wir drei sehr variantenreiche Filme ausgesucht. Ja, voll. Fand ich sehr schön. Und drei sehr gute auch noch. Ja. Denn was jetzt Andi mit so eher Fantasy Coming of Age oder Märchen Coming of Age bezeichnen würde, hat er das überhaupt gesagt? Nee, aber so würde ich jetzt, gehe ich in die 60er Jahre und mache so eher dieses Mafia Coming of Age von dem Kind, das praktisch in den Straßen der Bronx groß geworden ist und Robert De Niro als Vater hat. Und ich glaube, also da ist der Coming of Age Aspekt ehrlich gesagt recht offensichtlich in dem Film. A Bronx Tale. Nehme ich. Oder habe ich. Gebracht. Ich habe mich etwas entfernt von der Bronx und dem Indischen Ozean und habe mich nach Wales begeben und habe euch den wunderschönen Coming of Age Film Submarine mitgebracht. Das war schön, das hat mich sehr gefreut. Und das ist der kontroverseste werden könnte. Ach ja? Ja, das kommt jetzt drauf an. Jetzt müsste ich mich erstmal warm reden. Und dann, fangen wir an mit In den Straßen der Bronx. Sehr gerne. So, kurz mal gucken. Und nicht die Hauptperson, nein, es ist sein Sohn, der im späteren Verlauf nur noch sie genannt wird und hat den tollen Namen, jetzt hier eins. Carlucero Agnello. Carlucero Agnello. Carlucero. Und dann hat er in diese Kneipe und den, sagen wir mal, den Boss des Viertels, Sonny, zu einer Art Ziehsohn gemacht. Und das alles beruht darauf, weil er im zarten Alter von neun bei einem Mord, den Sonny begangen hat, ja, nicht gegen Sonny ausgesagt hat, obwohl er der einzige Zeuge war. Kurz und knapp, das ist dann so eine Geschichte von einem jungen Mann, der in erster Linie halt bei der Mafia jetzt ein bisschen mitspielen darf. Auf der anderen Seite aber natürlich auch pubertiert und auch seine erste Liebe kennenlernt und so weiter und so fort. Und wir haben natürlich auch in den 60er Jahren sehr spannende Zeiten, vor allem auch was Rassenunruhen angeht und das alles kommt in diesem Film vor. Und ich würde sagen, neben dem Regiedebüt von Robert De Niro sollte man auf jeden Fall auch erwähnen, dass der Hauptdarsteller, der Sonny spielt, Ces Palmienteri, wenn man den wirklich so ausspricht, das Gesicht kennt man auf jeden Fall, der hat das Drehbuch geschrieben und die Geschichte von diesem Carlo Gero beruht auch so semi-autobiografisch auf ihm als kleinen Jungen. Also, als ich mir jetzt nochmal angeguckt habe, den Film ist mir aufgefallen, man kann ihn wirklich so in zwei Teile spalten, wenn man so will. Das erste ist so, erinnert stark an den Anfang von Godfellas, wo ja auch diese Henry Hill durch diese Arbeit in diesem Café oder Bistro halt auch so in die Mafia gerät. Und die zweite Hälfte, wenn der Carlo Gero dann 17 ist, ist der dann fast schon so eine Art modernes oder, nein modernes, aber Romeo und Julia Variante. Ja. Ja, denn also das Madeline, dass er sich verliebt, ist eine Afroamerikanerin und die sind mit ihrem Viertel mehr oder weniger am anderen Ende der Straße und ja, da kommt es halt mit den Italo-Americans immer wieder mal zu Reibereien und vor allem natürlich unter den Jugendlichen, denn ist halt so, waren die damaligen Zeiten. Was man aber dazu sagen sollte, man sollte nicht erwarten, dass es jetzt so ein richtig klassischer Gangster-Film ist. Also, er hat schon diese typischen Mafia-Tropen, die sind vorhanden, aber es ist wirklich ein Coming-of-Age-Film. Also, der Film ist sehr fokussiert auf diesen C, also den Carlo Gero und seine Wandlung und das machen die beiden Darsteller auch ganz gut. Also, er wird einmal gespielt, er sei neun und einmal er sei siebzehn. Wirklich tolle Leistung und was ich auch toll finde, De Niro hat ja damit sein Regie-Debüt gegeben und der spielt ihn Vater von Carlo Gero und ich finde, dass De Niro sich hier wirklich zurücknimmt. Also, es ist jetzt keine Robert-Niro-Show. Nee, und hätte es aber werden können, weil ich glaube, da war De Niro schon groß angesagt. Und Joe Pesci hat eine ganz tolle Nebenrolle. Er hat einen ganz tollen Auftritt. Das fand ich auch schön, dass der Robert, Entschuldigung, ich war jetzt auch gerade ein bisschen abgelenkt, weil Trivia-Man hat wieder zugeschlagen. Ich habe gerade nochmal geschaut, hier dieser Chess Palminteri hat es ja als, wie sagt man? Theaterstück. Theaterstück, also hier steht Autobiographical One-Man-Show irgendwie geschrieben, dann wurde der Film gemacht und dann war es irgendwann noch ein Broadway-Musical. Das würde ich ja gerne mal sehen, das klingt ganz interessant. Aber ich glaube, das kannst du ja aus dem Film machen, tatsächlich. Ja, ich mag diesen Typen auch gerne. Ich kenne ihn noch aus den üblichen Verdächtigen-Spielen mit, gell? Genau, das ist der Cop, der sich von Kevin Spacey zudullen lässt. Ja, das ist ein geiler Typ, ey. Aber was ich mochte bei Robert De Niro, dass er ja hier halt auch mal, nachdem er jetzt ja bei Scorsese und auch bei der Pate und so halt immer eigentlich den Mafia-Typen gespielt hat, jetzt mal so der Anti-Mafia-Typ ist, der immer den Jungen vor der Mafia schützen will und dieser liebende, großherzige, gutherzige Vater ist. Und ich fand das auch, also Robert De Niro, der kann einfach alles. Ich finde aber, die Rolle und auch der Film passt zu ihm irgendwie echt wie Faust aufs Auge. Also ich finde, wenn du dir den Regie-Debüt für Robert De Niro vorstellen müsstest, wenn es noch keins gegeben hätte, dann wäre das tatsächlich für mich so ein Film. Und ich finde, dass dieser Carlottero, und ich glaube, die haben dafür auch große Preise bekommen, super gecastet ist. Ja, beide. Ich mochte den Kleinen, den kannte ich auch irgendwoher, ich glaube aus Frivilli oder so, ich weiß nicht mehr genau. Aber das fand ich ganz lustig bei dem Großen. Als Willi, ja. Den kannte ich jetzt nicht, aber ich fand es super, weil irgendwie so vom Gesicht und so, der könnte auch wirklich De Niro's Sohn sein, finde ich. Und den habe ich dann auch mal gegoogelt und das fand ich auch lustig, weil doch immer Robert De Niro ihm Ratschläge gibt fürs Leben und dann sagt er doch auch, redet er immer von dem, der größte, größte, wie sagt man, größte Scheiße ist Wasted Talent, sagt er doch immer. Also er soll halt sein Talent dann nicht vergeuden irgendwie. Und es gibt eine Doku über diesen Moment, Lillo Brancato, also der diesen älteren Teenager C spielt, über den gibt es eine Doku, die heißt Wasted Talent, weil der anscheinend nach kleineren Rollen in diesem Teenager-Alter sowas von abgestürzt ist. Also irgendwie im Drogensumpf verschwunden und dann sogar irgendwie acht Jahre in den Knast kam, weil er irgendwie in so einem Mordfall an einen Polizisten verwickelt war. Und da gibt es eine Doku über den, die wollte ich mir mal anschauen. Aber in dem Film hat der mir sehr gut gefallen, weil der so gut als Robert De Niro's Sohn passt. Ich finde, er schaut, er hat irgendwas von dem. Ich finde aber irgendwie, ich habe mir gedacht, ach, den kenne ich doch, den kenne ich doch. Und dann habe ich so seine Vita angesehen und habe gedacht, naja, so viele Rollen hat er eigentlich dann nicht gespielt, aus denen er mir jetzt bekannt vorkommt. Und ich glaube, ich verwechsel den dann auch mit irgendjemandem. Ja, was mir halt so gut gefallen ist, dass es in dem Film jetzt auch, bis auf vielleicht diese Clique von C, also diese Jungsbande oder so, aber das sind jetzt auch keine richtigen Bösewichte oder so, dass es halt keine Bösewichte in dem Film gibt. Weil eigentlich sind alle, auch wenn dieser Sunny halt natürlich der Obermafiosi ist, aber so ein... Ja gut, am Anfang schießt da jemand mir in den Kopf. Ja, aber der hat dem auch, der hat dem aber auch den Parkplatz geklaut. Also ich finde, es kommt ja auch die Perspektive an und dieser Film hat halt ganz klar diese Perspektive dieses Jungen. Deswegen gibt es da keine Bösewichte. Wenn du den jetzt, sage ich mal, subjektiver erzählt hättest, dann wäre es, glaube ich, schon klar, was für Arschlöcher diese Mafiosis da sind. Aber es ist halt eine sehr subjektive Perspektive, die der Film einnimmt. Ohne jetzt aber die Mafia zu verklären, finde ich. Also da wird nichts glorifiziert oder... Genau, weil es gibt ja die Filme, wo das alles als mega cool dargestellt wird. Dass der Film auch jetzt nicht darauf aus ist, jetzt großes Spektakel zu machen. Der ist sehr geerdet, der ist sehr einfach erzählt, also jetzt einfach im guten Sinne. Es ist ein sehr schöner Film und ich finde es schade, dass der De Niro, der hat danach nochmal einen Film gedreht, der Gute hörte. Das war aber ein ziemlicher Rohkopierer. Und ja, ich finde es schade, dass er danach nicht mehr so wirklich Regiearbeiten gemacht hat. Weil Bronx Tale, wie der Film original heißt, ist wirklich ein richtig starker Film. Ja gut, vielleicht war es auch nur ein Herzensprojekt. Das kann sein, das kann sein. Ich meine, De Niro ist ja auch gebürtiger New Yorker und der hat ja diese Zeit genau wie Chess Parliamentary miterlebt. Ich glaube, dass das auch damit schwingt, dass sie auch mal so ihre Sicht auf der damaligen Zeit... Und De Niro ist ja, glaube ich, verheiratet mit einer Afro-Amikanerin. Ich glaube, dass wegen dieser Thematik ihm wahrscheinlich auch sehr im Herzen lag. Und ich finde es auch sehr schön, dass dieser Film eine ganz klare Message auch vermittelt. Und ja, auf einer sehr schönen Note eigentlich endet. Denn die Figur von Robert De Niro, dieser Lorenzo, also Seas Vater und dieser Gangster-Boss Sonny mögen sich natürlich nicht besonders. Aber am Ende gibt es dann doch, wenn man so will, eine Art und Versöhnung. Ich will jetzt hier nicht spoilern, aber ja. Ja, ist es. Also zumindest... Der eine ist eher speichsam, ja. Die schließen schon ihren gemeinsamen Frieden. Das fand ich so schön eben, weil der Vater, der könnte natürlich auch... Also natürlich ist er der moralisch Bessere als dieser Mafia-Boss und so. Aber trotzdem, andererseits ist dieser Mafia-Boss ja auch, der hält ja auch Rettimers Leben, indem er ihn von dieser komischen Jungs-Gang abhält, weil ich meine, er hat ja kein Problem irgendwie und ist jetzt kein Rassist oder so und macht ja auch gute Sachen. Er ist natürlich ein Mafia-Boss und so, aber trotzdem wirkt er da erstmal auch ein bisschen fürsorglich. Und das eigentlich, das meinte ich vorher mit, dass jetzt auch Robert De Niro halt dann noch seine Szene kriegt, wo er dann mit dem noch Frieden schließt und so. Ich fand das alles sehr harmonisch, sagen wir mal. Ich fand das irgendwie total schön. Sehr schön, sehr schön. Vielleicht ist das sogar irgendwas, was man im Film dann negativ angreifen könnte. Der ein oder andere wird es wahrscheinlich nicht so gern mögen. Wobei der Film schon deutlich zeigt, wo die Schattenseiten sind dieser Zeit. Und es ist jetzt nicht so, dass der Film sagt so, boah, ja, Anfang der 60er New York, da war alles nur Friede, Feuer, Eiderkuchen. Also ich würde sagen, was mir jetzt beim, also bei dem jetzt maligen Ansehen eingefallen oder mehr aufgefallen ist, das ist tatsächlich der Aspekt Rassismus, wie der dargestellt wird. Wenn man halt so die Synopsis immer liest und bla bla bla, Mafia, Mafia, Mafia und Italo-Amerikaner, da kommt man natürlich ganz schnell in so eine Schiene rein, dass du sagst, okay, bist du jetzt da in diesem Fahrwasser von Goodfellas. Aber eigentlich finde ich die Kritik am Rassismus in dem Film sehr viel beeindruckender. Weil ich finde, dass der Rassismus sehr, sehr widerlich dargestellt wird. Ja, das stimmt. Weil er wird ja eigentlich nur von den Heranwachsenden eigentlich. Also, ja, okay, die Wachsenden haben auch schon, da gibt es, glaube ich, auch schon mal so ein paar... Ja, aber die treibenden Kräfte, also die wütenden sind die Kids. Ja, die Kids, die ist halt von ihren Eltern vorgelebt bekommen, ne? Genau. Ja, was natürlich auch ein Aspekt ist, der wahrscheinlich in tausend anderen Coming-of-Age-Filmen auch drin ist, aber das fand ich halt auch schön mit der Thematik, da ist es ja nochmal drastischer gepaart. Also, diese Gruppendynamik, also Gruppenzwang halt. Ich fand es natürlich, das ist natürlich das, was wir vorher schon gesagt haben, man könnte es als Kritikpunkt sehen, dass da alles so, alles sind so gut und so. Und der Hauptcharakter, dass er jetzt genau der Einzige von dieser Gruppe ist, der nicht rassistisch ist und so ungefähr, das hätte man natürlich noch ein bisschen spannender machen können, dass er eigentlich schon latent rassistisch ist und sich trotzdem dann in die verliebt und das dann so ein bisschen schwieriger wird. Aber er ist ja von Anfang an der Beste dieser Gruppe und er sagt ja immer, hey, was habt ihr denn gegen die und so. Also, vielleicht hätte man das noch ein bisschen differenzierter machen können. Aber trotzdem, das mit diesem Gruppenzwang und dieser Gruppendynamik, dass er dann trotzdem in diese Schlägerei verwickelt wird, obwohl er nicht will, das ist natürlich immer spannend bei solchen Filmen, dass er sich dann nicht von seinen Freunden entziehen kann, obwohl er ja gar nicht mitgehen will, aber trotzdem mit im Auto sitzt und nur durch Zufall dann aus diesem schlimmen Szenario am Schluss dann noch rausstolpert. Das ist schon immer krass, finde ich. Also, sagen wir es mal so, in anderen Filmen wäre er wahrscheinlich derjenige gewesen, der Einzige, der stirbt oder so. Oder, aber ich finde eben diesen Aspekt sehr glaubwürdig, weil Carl Loggero ja derjenige ist, der mehr oder weniger zwei Erwachsene hat, die sich wirklich um ihn sorgen und kümmern. Und da verwundert es mich dann nicht, dass er eigentlich der Einzige Reflektierte ist, wenn man so die anderen Idioten ansieht, mit denen er da auf der Straße rum, er tut halt manchmal so, als würde er sich für genau deren Sachen interessieren. Aber eigentlich ist er schon von der Erwachsenheit her eine Stufe drüber. Also, ich hätte es vielleicht nur spannend gefunden, wenn jetzt vielleicht nicht alle von diesen Jugendlichen, die idiotischen, rassistischen Bösewichte gewesen wären und er halt der einzige Strahlemann ist, so ungefähr. Ja, vielleicht ist es für den Film. Da sieht man halt eben, dass es wie gesagt komplett aus der Sicht des Jungen erzählt ist. Nee, aber das ist auch kein Kritikpunkt. Ich meine, wenn ich mal einen Biopic von mir mache, dann würde ich gar nicht wissen, wie ihr beide dargestellt werdet. Ich wäre gern ein Hund. Einer, der sich immer am Tischbein reibt. Nein, das finde ich eigentlich cool, weil irgendwie, wenn ich jetzt so an den Film denke, dachte ich auch irgendwie erst mal so, könnte man so zusammenfassen, es ist so eine Coming-of-Age-Kinderfilm-Variante von Der Pate und Goodfellers oder so. Aber trotzdem ist er ja eben durch diese Thematiken und ist er trotzdem jetzt kein Kinderfilm. Aber er ist halt schon, es ist schon ein schöner Wohlfühlfilm, kann ich schon fast sagen, obwohl es eben diese düsteren Themen natürlich gibt. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber ich fand den Film einfach nur, Das ist wie so eine Geschichte. Das ist einfach wieder so ein Bronx-Tale. Er zeigt halt, dass es selbst in den schlimmsten Krisenherren immer noch so was für Hoffnung gibt, wenn man so will. Also ich würde ihn jetzt nicht als Feel-Good-Movie bezeichnen. Aber es ist schon, wir haben ja von vorhin gemeint, wenn das ist ein Theaterstück oder ein Musical oder so, es ist schon so ein klassisches Märchen. Also wie er nicht, weißt du schon, Märchen in die Realität verpflanzt. Ich weiß nicht, West Side Story funktioniert doch so ähnlich, oder? Ja. Irgendwie genau so und dann eben diese Romeo und Julia Love Story noch, er darf nicht, aber er hat sich verliebt in eine, die er nicht lieben darf und so. Das sind schon so Märchenhafte oder wie nennt man das? Ja, Storys halt. Aber es ist halt einfach super klasse inszeniert und umgesetzt. Deswegen, das ist alles keine Kritik. Ich finde den wunderschönen Film und das ist einfach, allein der Film, der Name A Bronx Tale, das klingt ja schon so danach. Genau das ist es. Ja, und er ist trotzdem irgendwie auch ein Kind der 90er. Also klingt so blöd, wie es klingt, aber es gab einen weiteren Film, den ich fast genommen hätte und ich finde, der wäre so ein bisschen in die ähnliche Schiene gegangen und zwar Sleepers. Wobei, bei Sleepers finde ich, ich finde den nicht schlecht, aber der ist mir zu aufgedunsen. Ja. Der will irgendwie zu viel. Und der Bronx Tale, der ist ... Was ist das, wo die kleinen Jungen sich wieder treffen nach einer Zeit? Ja, da bist du halt anstatt in der Bronx, bist du da irgendwie, keine Ahnung, in Hell's Kitchen. Das ist, was weiß ich, vielleicht ist das Brooklyn oder so. Ich muss hier wieder schauen. Die haben sich an irgendeinem Typen gerecht, oder? Ja, ja. Was war da? Ah, ja, egal. Okay, ja, lange her. Und das war aber genau der Grund, warum ich ihn nicht ausgewählt habe. Erstens dauert er, glaube ich, gut 40 Minuten mehr, länger. Und stimmt, er ist tatsächlich ein bisschen so, er ist die schmonzigere Variante. Okay, den muss ich mal wieder sehen. Den fand ich damals recht beeindruckend, aber das ist lange her, genau. Nee, das ist genau dieses Ding, glaube ich. Das, was dir als beeindruckend hängen geblieben ist, das ist, weil er einfach ein bisschen mehr aufträgt. Ja, genau, das hattest du in dem Film hier nicht, gell? Das ist aber auch schön. Der wumst ist nicht so richtig. Was ist denn da? Robert De Niro spielt ja da auch mit, glaube ich, als... Pfarrer, ja. ...als Priester, genau. Und du hast da, glaube ich, Dustin Hoffman als Alkoholiker... Dustin Hoffman, Brad Pitt... Da ist ja alles dabei, was da in den 90ern irgendwie, keine Ahnung, ich will gar nicht wissen, was dieser Film an Gage gekostet hat damals. Muss ich aber nochmal schauen, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, was sie meint eventuell, weil der hat wahrscheinlich mehr so emotionale Tiefschläge, die so ein bisschen breitgetretener werden, weil dieser Film hier, der ist ja dann doch, obwohl, der ist ja nicht langweilig oder nicht ruhig oder so, da passieren ja auch schlimme Sachen natürlich, aber es ist trotzdem ruhiger erzählt irgendwie, gell? Meint ihr das? Ich weiß es nicht, aber trotzdem, glaube ich... Also Sleepers ist halt mehr so darauf erpicht, dass du davor sitzt und der Film möchte halt dich dazu bringen, und das ist so, oh mein Gott, ist das schrecklich. Genau, genau, genau. Und da passieren ja auch echt schreckliche Sachen, ja. Genau. Und Sleepers ist, Gott bewahre, kein schlechter Film, aber je älter ich werde, desto mehr favorisiere ich dann eher so ruhigere Filme wie A Bronx Tale, weil der dann vielleicht doch mehr Nachwirkung hat, als man glauben mag. Ja. Ja, und ich muss auch sagen, ich genieße es manchmal, wenn du dann nur, also in der heutigen Zeit mal zwei Stunden hast und der Film ist dann nach zwei Stunden auserzählt und du hast mal einen Anfang und ein Ende und so eine einfache Erzählstruktur einfach. Nicht das Rad neu erfinden, sondern der ist von neun bis 17 und die erste Hälfte ist er neun und die zweite Hälfte ist er 17 und da verliebt er sich und hat seine Freunde und das sind dann so diese drei Akte, in denen das Leben stattfindet. Punkt. Und dann am Ende kommt Joe Pesci und dann ist eh alles gut. Und da hat es mich auch sehr gefreut. Ja schon, der ist jetzt nicht großartig innovativ oder so, auch nach heutigen Standards natürlich gar nicht. Das ist aber einfach, ich glaube, das ist einfach eine perfekte Coming-of-Age-Film-Story, so ein bisschen märchenhaft, so ein bisschen geradlinig, aber nie langweilig. Und du wirst ihn auch nie remaken müssen, weil... Nee, braucht man nicht. Also der ist so, wie er ist und das ist auch gut. Und ich würde auch gern zum Fazit kommen, also meinerseits, und gebe ihm dann so meine dreieinhalb Punkte und der bekommt auch ab und an mal vier. Aber das ist so ein Film, der ist für mich die... meine Lieblingsnudelsauce im Supermarktregal. Apropos Remake, da gibt es doch bestimmt... Ich schaue mich mal um, aber ich glaube, dass die halt dann auch nicht so gut erzählt und nicht so, wie wir es schon gesagt haben, geradlinig und einfach schön und ruhig. Aber in der heutigen Zeit gibt es doch bestimmt ähnliche Sachen, keine Ahnung, mit heutigen, weiß ich nicht... Moodleid vielleicht? Gettos oder so. Nein, ich meine jetzt so mit heutigen Problemvierteln halt, wo dann so ähnliche Sachen passieren. Moodleid hat schon Ähnlichkeiten, finde ich, doch. Ach, ich habe Moulin verstanden. Ach so, ja Moulin. Ja, die Moulin aus dem Ghetto. Also ich gebe Bronx Tale vier Punkte. Ich finde den wirklich schön. Ich mag den sehr, habe es sehr genossen, ihn wieder zu gucken und danke dir, Max, für diese Auswahl. Bitte, bitte. Ja, da schließe ich mich an und habe eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen. Oh Mann, das ist ja fast schon wieder zu harmonisch. Ja. Harmonisch, harmonisch, harmonisch. Harmonisch wie ein Beatles-Song. Kennst du eigentlich einen Beatles-Song? Was ist denn dein Lieblings-Beatles-Song, Andi? A Day in the Life. Okay. Und du? Oh, ähm... Boah, schwierig. Ich würde sagen, I'm the Warrers. Okay. Da fühle ich mich einfach verstanden. Aber die Version von Jim Carrey, bitte. Okay. Ja, mein Lieblings-Ding ist Yellow Submarine. Oh. Stimmt zwar nicht, aber für die Überleitung lüge ich auch gerne. Was ich auch noch sehr gerne mag, ist Hier comes the Sun. Das ist schön. Jetzt hatte der Max gerade so eine schöne Überleitung, Andi. Du machst ihn kaputt. Entschuldigung. Egal. Stu, dein Film. Also den Dank, den du mir gerade zugeschustert hast, zum Ende, gebe ich dir jetzt zu Beginn. Danke, dass du dir Submarine ausgesucht hast. Oh ja, da schließen wir auch gleich mal an. Ja, ich bedanke mich auch bei mir selbst, denn ich habe den Film damals mal ausgeliehen aus einer Online-Videothek, weil der Regisseur ist Richard Ayoda und der spielt die Hauptrolle in dieser famosen, super britischen Sitcom bei IT Crowd. Und habe mir den Film dann damals angeguckt und fand den so toll, dass ich mir dann sofort auf DVD nachgeholt habe, den Film dann meine Mutter ausgeliehen habe und seitdem ist der Film verschüttet. Das kann ich aber dazu sagen, ich habe den Film auch noch nie gesehen und ich muss ihn mir jetzt auch irgendwo besorgen, weil das ist so ein Film, den mag man dann gleich irgendwie rumzeigen, weil den kennt er keine Sau. Also ich fand, ihr kanntet ihn jetzt, ihr Streber, aber ich kannte ihn noch nicht und ich bin mir relativ sicher, dass ich jetzt... Ich kannte ihn auch noch nicht. Ich kannte nur... Ach so. Die, 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 also ja. Ach, es klang so, als würdest du ihn auch schon gesehen haben oder so? Wie man den Film halt kennt, das ist der Film, der halt seit 100 Jahren bei mir auf der Amazon-Watchlist einfach drauf liegt und vergammelt und ich nie irgendwie den Tag gefunden habe, an dem ich Lust hatte, mir den anzusehen und deswegen... Ne, ich habe auch noch nie was von dem Film gehört, obwohl er ja in Anführungszeichen bekannte, also so sind keine Stars jetzt dabei, aber doch eigentlich mittlerweile schon. Zu der Zeit vielleicht noch nicht so, aber schon den Typen kannte ich natürlich auch von dieser grandiosen Show, aber ich habe von dem Film noch nie was gehört und ich muss sagen, das war eine wunderbare Perle. Ja, super. Würde ich sagen, war es das. Alle drei geben fünf Punkte. Auf zur Live-Profei. Ja, das ist so eine Sache, gell, mit der... Nee, egal. Erzähl mal, worum es geht oder so oder von wann und überhaupt, die ganzen Scheiß-Fakten halt. Der Film ist von 2010. Wie gesagt, Drehbuch und Regie, die der Richard A. Yoda, das passiert auf einem Roman von einem John... Nee, Joe Dunthorn, kenn ich nicht. Und ja, worum geht's? Es geht um den 15-jährigen Oliver Tate, der sich selbst gerne so sehen würde wie ein Genie, aber eigentlich nur einfach ein unangepasster Teenager ist. Und der sich halt in seine Klassenkameradin Jordana verliebt. Und ja, dann gibt's halt noch Probleme bei Oliver zu Hause, denn seine beiden Eltern sind in einer Ehekrise und Jordanas Mutter hat einen Gehirntumor und er versucht damit irgendwie umzugehen. Und ja, es fällt schwer, den Film wirklich so komplett zu beschreiben, weil es passiert relativ viel, würde ich sagen. Es geht, also ich würde sagen, es geht wirklich um zu erwachsen werden. Ich glaube, das ist auch nicht so, die Story ist gar nicht jetzt so. Also hast du ja schön zusammengefasst und mehr geht's ja eigentlich auch nicht. Es passieren mehr Sachen, aber ich glaube, so die Macher und der Stil sind da ganz besonders. Und das Lustige ist, ich musste auch öfter bei dem Film dran denken und ich merke da so ein Muster. Beim Stu, Stu's Lieblingsfilme sind immer gerne mal über so neurotische Außenseitertypen, weil ich musste öfter an Brick denken irgendwie. Ja, da musste ich eher... Was glaubst du, warum ich mit euch gerne horst? Das nehme ich als Kompliment. Ich sitze hier gerade in meinem Duffelcoat vor dem Computer. Aber da hast du schon recht. Also ich fiebere halt lieber mit solchen Typen mit wie Oliver Tate, als wie mit Iron Man oder so. Ja, gut, weil beim Iron Man weiß man ja, was passiert. Am Ende reißt einem das Geld raus und Oliver Tate hat halt keins. Ja. Also was mich bei Submarine jetzt, ich habe mich jetzt glaube ich zum dritten oder vierten Mal gesehen, wirklich immer beeindruckt hat, ist, dass da ganz viele Momente drin sind, wo ich dachte so, als ich in dem Alter war, habe ich genauso gedacht. Also es gibt gleich zu Beginn diese eine Szene, wo er erklärt, dass er sich manchmal vorstellt, was passieren würde, wenn er stirbt. Das ist ja schön. Und die Schule dann irgendwie eine Trauerfeier für ihn macht und die ganzen Mädchen dann sagen so, er war ein toller Kerl, ich wünschte, ich hätte ihn besser gekannt und sowas. Das dachte ich mir so, ah, das ist so ein Teenager-Gedankenspiel, die irgendwie authentisch wirken, trotzdem verspielt sind und sich aber nicht so ernst nehmen. Ja. Generell diese Macher, das ist so scheiß kreativ. Aber das ist diese Tagträumerei, finde ich. Das ist so ein bisschen ein Stilmittel, also nee, es ist eigentlich, für mich ist es fast schon, es kommt schon nah an das Genre ran, wenn du einen, wenn du einen Ich-Erzähler, einen Protagonisten hast, der so immer diese Tagträumerei hat, das ist so ein, ah, das gefällt mir aber auch verdammt gut. Und das hat man ja auch beispielsweise bei diesem, ah, wie hieß er, der Comic-Film in der allerersten Folge mit Paul Chiamatti. American Splendor. Genau, super. Ja, sowas ist immer super, aber es macht der Film auch noch gut. Ich denke auch, er hat eine schöne Szene, obwohl die ist ja auch gut und ich mag den Film auch, aber bei 500 Days of Summer gibt es ja auch eine ganz coole Szene, wo so Splitscreen ist und wie er sich es vorstellt, wie es abläuft und die, wie es dann in Wirklichkeit läuft. Das ist ja auch eine ganz kreative Nummer, aber es gibt es ja öfter, dass dann irgendwie irgendwas passiert und dann gibt es einen Cut und dann so, haha, das ist gar nicht passiert, bla bla bla. Aber ich fand es bei dem Film ganz lustig, dass er sich das so als Film vorstellt und dann auch noch so die Kamerafahrten beschreibt und so durch den Gang und so und jetzt Close-Up und hier Kamerafahrt raus und so. Das fand ich total cool. Was ich auch schön finde, dass es in dem Film ganz tolle Momente gibt, die ich zum einen sehr lustig finde, die aber auch jetzt nahe mir nahe gehen. Es gibt ja, wie erwähnt, diese Jordana hat eine Mutter, die hat einen Hirntumor und dann wird er halt eingeladen, um mit denen Weihnachten zu feiern. Allerdings halt nicht an Weihnachten, sondern halt eben ein paar Monate früher, weil halt nicht klar ist, ob die Mutter die OP überlebt. Und diese Szene, wenn sie dann da sitzen und versuchen, dieses Thema nicht anzusprechen und der Vater dann irgendwann nicht anders kann, großartig. Also es ist so gleich witzig wie auch sehr berührend. Das ist eine der unangenehmsten, das habe ich letztens erst wieder gedacht, eine der, das ist ja ein Klassiker schon fast, Schwiegereltern-Essen-Treffen oder so. Hier bei diesem I'm Thinking of Ending-Things, der vor kurzem da rauskam, irgendwie auf Netflix, das ist ja ähnlich unangenehm, aber bei dem Film ist es natürlich ein ganz anderes Genre und so. Aber diese Szenen sind immer so schlimm, wo du denkst so, wenn ich jetzt da sitzen würde, was würde ich machen? Oh Gott, das ist so schlimm alles. Wobei, die kann man aber gut miteinander vergleichen, finde ich, also zumindest in dieser Szene, weil da sind sie sich gar nicht so unterschiedlich. Aber ich meine, überleg mal, du hast das erste Mal, also deine erste Freundin, ja und du willst ja gar nicht da sein, sondern du machst es ja nur, um ihren Gefallen zu tun. Und dann passiert das, also ich meine, ich glaube, jeder von uns kennt doch so die Situation, man ist irgendwo, wo man nicht sein will und wird Zeuge von einem sehr emotionalen Moment und man gehört aber gar nicht richtig dazu. Man weiß nicht, was man jetzt tut. Du siehst sie das erste Mal und alle fangen zu heulen an und umarmen sich und er sitzt alleine am Tisch, weil ich meine, er kann ja nicht hingehen und mit umarmen, weil er kennt ja diese Leute gar nicht. Aber wenn er dann nur einfach sitzen bleibt, ist es halt auch scheiße. Das ist wirklich so unangenehm, das fand ich großartig, die Szene. Wobei ich sagen muss, wenn wir jetzt eine Grundsatzentscheidung treffen müssen, ich wäre auch eher sitzenbleiber. Ich auch. Also wenn ich die Leute kennen würde, dann ja, definitiv, aber nicht beim ersten Treffen. Also das ist halt total weird, wirklich. Ich mag es persönlich nicht, wenn Leute streiten. Ja, da habe ich auch schon in meinem Leben einiges Unschuldes mit erleben. Das ist ganz furchtbar. Das hatte ich letztens erst bei so einem Pärchen bei der Filmauswahl. Ich hoffe, die hören das jetzt nicht, aber das war sehr lustig. Da waren wir zu dritt, ein Pärchen, ich war nur als Gast und ich habe gesagt, hey, ihr dürft die Filme aussuchen und die haben sich dann drüber unterhalten, welcher Film jetzt gezeigt wird und ich bin dann auf den Balkon gegangen, um eine zu rauchen, weil ich wollte das nicht mit, ich wollte da nicht das Zünglein an der Waage sein. Egal, weiter will ich da nicht drauf eingehen, das war auf jeden Fall auch sehr unangenehm. Aber nochmal zum Film, das, was ich vorher gemeint habe, das zieht sich ja durch den ganzen Film und das finde ich halt großartig. Ich meine, war das, wie viele Filme hat der gemacht? Auch Regie-Debüt, glaube ich sogar, oder? Ja, eben. Aber ich finde den Film auch für das, der sieht ja nicht high-end aus, der sieht ja wie zu diesem Setting passend, so nicht pompös oder sonst was, aber so Kleinigkeiten, diese Kapiteleinblendungen oder diese Farbausblendungen, wo es dann immer so grellrot oder grellblau wird und solche Sachen und dann auch diese Szenen, wo sie durch die Nacht laufen mit dem Feuerwerk und so, das sind so schöne Szenen drin. Aber der ist schön desigend. Genau, genau, genau. Und auch, da sollte erwähnt werden, toller Soundtrack von Alex Turner, dem Frottmann der Arctic Monkeys, toll, einfach toll. Wenn man die Arctic Monkeys mag, natürlich. Also ich mag die damaligen Arctic Monkeys. Das ist so ein typisch, also es ist ja, was, Wales hast du vorher gesagt? Wales, hm? Ja, okay. Trotzdem sage ich jetzt nochmal hier so einen englischen Vibe, weißt du schon, von der Musik, von den Charakteren, vom Humor irgendwie. Das ist einfach kein amerikanischer Film und das ist super. Ja, das stimmt. Alleine halt, wie die Häuser aussehen und so und ganz ehrlich, ich meine, es gibt ja auch Szenen, die am Strand spielen. Und dieser Strand ist halt so eigentlich unromantisch, weil er einfach nur grau, braun und nass ist. Industriegebiete bei Nacht. Ja. Und die Kinder, wie die alle aussehen. Ja. Das ist es halt. Also da muss ich sagen, sorry, wenn ich jetzt echt so ein bisschen, wir müssen eine eigene Rubrik aufmachen, die heißt, der Horst bedient Klischees. Folge 1. Kinder. Folge 1. Kinder aus Großbritannien, die allesamt so unglaublich bleiche Gesichter haben, unglaublich unförmige Zähne. Ui. Und so ein bisschen aussehen wie die Sexpistols. Wobei, das hat mir immer gut gefallen bei dem Film, dass jetzt seine Freundin, die Jordana, halt auch nicht aussieht wie ein Püppchen. Er sagt ja auch selbst, sie hat hier so ein paar Probleme mit der Haut und so und sie ist halt nicht so ein Barbie-Püppchen. Also das finde ich hingegen ganz schön. Ja, aber der Freund, den sie dann hat mit dem langen Hals und vor allem dieser Bulli-Freund von ihm, mit dem er die ganze Zeit rumläuft. Also das sind halt so typisch, so stelle ich mir vor, schauen englische Mallorca-Touristen vor 20 Jahren aus. So sind die damals auf die Schule gegangen. Aber ganz ehrlich, was ja auch krass ist, wie der Vater von ihm aussieht, ne? Dieser Leut, dieser Meeresbiologe, der depressiv ist. Ja, ja, das ist so diese... Ey, das finde ich eh super. Also Sally Hawkins will ich viel öfter sehen. Ich hatte die gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ich glaube, ich habe die, also ich meine Shape of Water war sie natürlich dabei und das war, glaube ich, auch das Highlight am Film. Aber trotzdem, die mag ich ja so gerne. Und in dem Film, also wenn wir schon beim Cast sind, der Vater, den kannte ich halt, glaube ich, auch nur aus Game of Thrones und noch zwei andere Filme oder so. Aber die waren ja alle so großartig. Und der Nachbar, alter Schwede. Okay, jetzt kommen wir mal auf den Nachbarn zu sprechen. Du meinst Prisma. Ihr meintet, ihr kennt ihn? Aus Hot Fuzz. Paddy Constantine oder so, der hat diverse... Was, das ist der? Ja, der Regisseur von Theranosaurus ist das, ja. Okay, sorry. Dann muss ich jetzt hier mit echt... Oh, sorry. Das ist ja wurscht, aber trotzdem. Habe ich den nicht erkannt? Scheint so. Ich habe auch lange überlegt, wie kam es denn, aber ich dachte auch, ich kenne den aus irgendwas Bekannterem, aber mir ist dann nur Hot Fuzz eingefallen. Hat der bei tatsächlich Liebe auch mitgespielt? Nee. Ich glaube nicht, nee. Der war bei den Born-Filmen halt dabei. Und bei... Okay, ja. Nee, ich weiß gar nicht. Also der hat echt viele Filme, hat der mitgemacht. Sehr, sehr viele Filme. Aber Hot Fuzz ist natürlich bekannt. Dead Man's Shoes ist es noch einigermaßen. Ja, ich sehe es gerade. Der ist da durchaus... Ja, der ist mir schon öfter auch über den Weg gelaufen. Und Tyrannosaurus Saul... Den mag ich natürlich ja sehr gern. Obwohl das alles halt, wie gesagt, Nebenrollen sind, weil es geht ja wirklich um die Jugendlichen. Ich fand die alle so großartig, wie die eingeführt werden. Und das hast du vorher schon mit dem Hautausschlag von der Freundin dann irgendwie erzählt. Ich mochte diesen, wie nennt man das nochmal, also den Erzähler halt, also ihn, Oliver, seinen inneren Monolog halt irgendwie. Weil der so lustig, der war so... Der ist ja auch nicht wirklich sympathisch. Das Typ ist eigentlich ein Freak halt. Wie Brick halt auch irgendwie bei Brickmann jetzt. Also weil der so altklug teilweise wirkt, aber so analytisch und zynisch und irgendwie so fies teilweise, aber doch irgendwie nett und naiv und so. Und das war immer so mega witzig. Und auch die Geschichten. Ich habe mir so ein paar Zitate versucht zu merken, wo zum Beispiel die Mutter beschrieben wird. Da kann ich mich noch dran erinnern. Das ist so geil. Eigentlich wollte sie Schauspielerin werden, bis sie ein Logopäde gesagt hat, dass ihre Zunge zu groß für den Mund ist. Lauter so scheiß die ganze Zeit. Hey, das sind so Kleinigkeiten. Ich fand das immer so lustig. Wäre mein Vater eine Farbe? Wäre er die Farbe beige oder wie war das? Solche Sachen, solche Sachen. Es sind so Kleinigkeiten. Zum Beispiel auch, wenn er halt von seiner Mutter erzählt und dann sagt, ja, sie arbeitet jetzt im Bürgeramt, im Büro. Und dann so nebenbei, ja, und das ist so eine Art von Arbeit, da muss man beim Geburtstag hat den Kuchen selbst mitbringen. Und da siehst du halt, wie der kommt. Und diesen winzig kleinen Kuchen, der übergeht vor lauter Kerzen. Großartig. Ja, genau. Das ist eine ganz kleine Beschreibung. Oh, Entschuldigung. Das wird nicht erwähnt. Und ich hatte es so verstanden, dass... Wenn ihr tippen müsstet. Ganz ehrlich, ich hatte so das Gefühl, dass es so ein bisschen was Zeitloses hat. Weil sie gehen ja ins Kino und gucken dann so alte Sachen wie Krokodil Dandy und so. Krokodil Dandy läuft anscheinend im Kino. Als der Film gedreht wurde, gab es auch schon sowas wie Handys. Ich habe da aber jetzt nicht wirklich Handys gesehen. Andererseits muss man sagen, in der Schule in Großbritannien wird ja auch ein anderer Wind. Deswegen finde ich es schwer, den jetzt zeitlich zu verorten. Ich hätte gesagt Anfang 90er, meine ich. Nicht Anfang 80er, habe ich gerade gesagt. Aber man kann mal schauen, wann das Buch rauskam und so. Und man hat der Typ wahrscheinlich auch über seine Jugend geschrieben nochmal und so. Also keine Ahnung. Da habe ich nämlich keine richtige Antwort. Das Buch kam 2008. Okay, aber wie gesagt, ich denke mal, dass der Typ, jetzt ist es natürlich nicht autobiografisch oder so, aber ich denke, wenn man so eine Geschichte schreibt, schreibt man auch so über seine Erfahrungen so ein bisschen vielleicht. Ich hätte jetzt gesagt Anfang 90er, weil der Typ mit seiner Trainingsjacke, ich weiß nicht. Naja, naja. Naja, also der Duffelcode, der sah schon gar nicht so schlecht aus, den also der Oliver da trug. Das wirkte auf mich jetzt nicht unbedingt so 80er. Das wirkte schon fast so End 90er. Kann man auch sagen. Ich muss aber ehrlich sagen, es war mir auch relativ egal, wann er spielt. Ja, das schon. Aber man macht sich doch dann irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich schaue dann immer so auf Einrichtungsgegenstände. Und ja, mich interessiert es hätte ich sein schon ein bisschen, so ein kleines bisschen. Und dann, ja, wenn man sich dann die Frage stellt, was könnte es jetzt für ein Ja sein und man kann es nicht beantworten, dann muss ich immer weinen. Jetzt haben wir ja gesagt, dass der sehr lustig ist. Ich finde, der hat aber auch was sehr Melancholisches, was schwämmerisch-Melancholisches. Weil ja die meisten Leute, die da wirklich zur Geltung kommen, irgendwie halt ihre Probleme haben. Also Jordana hat halt eben ihre Mutter, die einen Gehirntumor hat. Oliver Tate weiß so nicht, wo er richtig hingehört. Die Eltern von ihm haben eine Ehekrise. Der Vater ist sehr wahrscheinlich sehr depressiv. Und ich finde, dass der Film es zeitgleich schafft, diese Themen auf die leichte Schulter zu nehmen, aber sie trotzdem ernst zu nehmen. Ja, der hat schon auch so eine melancholische Grundstimmung. Es ist schon sehr lustig teilweise, vor allem durch den Nachbarn teilweise. Das ist ja schon sehr Comedy-mäßig mit seiner Frisur und seinem komischen esoterischen Quatsch da irgendwie. Das sind schon die lustigeren Szenen, aber es stimmt schon. Also auch diese Ehekrise, sagen wir mal, es ist nicht so lustig, aber doch immer eigentlich. Also es ist nie krass ernst, dass du heulen musst oder so. Keine Ahnung. Also welches hier nicht zum Beispiel echt heftig, also in Anführungszeichen heftig fand, ist, gegen Ende, wenn der Oliver mit seinem Vater da sitzt und sie beide trinken halt heiße Zitrone. Wir wissen ja, dass das das Depressionsgetränk Nummer eins ist. Und er fragt seinen Vater halt, seit wann er so traurig ist. Und sein Vater sagt ihm halt so ohne große Umschöpfe, ja, so als ich in deinem Alter war es angefangen. Ich finde aber trotzdem, dass die beiden sich immer auf Augenhöhe unterhalten haben. Das fand ich sehr eigenartig, weil der Film das gar nicht so wirklich, wie sagt man, also er sah nicht so aus, als würde er darauf hinauslaufen, dass er ausgerechnet mit dem Vater so auf Augenhöhe sprechen kann. Vielleicht, weil er dem Vater ähnlich ist als seine Mutter. Das war eh eine ganz komische Beziehung zwischen den ganzen Leuten. Und das ist natürlich auch jetzt, mei, ob das jetzt realistisch ist, der Typ ist natürlich schon ein schrulliger Typ, wie er dann auch Briefe den Eltern hin und her schreibt und auch wie er mit seinen Eltern redet so. Das fand ich teilweise, ist das schon ein bisschen drüber. Also wo er dann zum Beispiel irgendwie seiner Mutter sagt, sie soll jetzt mal wieder mit dem Vater schlafen, weil er findet dich immer noch attraktiv. Aber irgendwie sagt er auch mal so, du schaust heute gut aus. Und dann so, ja danke für dein Alter. Das sind so Dialoge, das ist schon ein seltsames Verhältnis zwischen diesen ganzen Leuten. Und das Lustige ist ja auch, dass dieser Vater so lethargisch ist, das ist ja auch eine großartige Szene, wo es heißt so, hey, wenn die den jetzt verlassen würde, würde er ihr noch beim Kofferpacken helfen oder so. Und dann wird das auch kurz gezeigt, das sind so Sachen, es ist irgendwie so ein bisschen traurig, aber es ist immer mit so einer komedianischen Szene noch erklärt, dass man das irgendwie schon eigentlich meistens witzig ist. Jetzt, was ich mir, eine Frage, die ich mir stelle, ist, ich finde, dass er und die Giordana beide immer so gespielt haben, als würden sie die vierte Wand durchbrechen, als würden sie praktisch wirklich mit mir persönlich gerade Kontakt aufnehmen in ihrem Spiel. Und das machen sie aber nicht wirklich, oder? Bei ihm hatte ich schon ein, zweimal das Gefühl, auch dass er vielleicht sogar einmal in die Kameras schaut und so, dann dachte ich schon, aber das war es dann, glaube ich, nicht, weil er spricht ja auch immer zu uns und so, deswegen dachte ich, er macht es vielleicht mal. Aber es war nie so offensichtlich wie aus Filmen, wo man das halt kennt, also wie bei House of Cards oder so, ist es jetzt nicht. Aber bei der Giordana wüsste ich es nicht. Ich fand mich von beiden immer relativ gut angesprochen. Also es gibt nur so Szenen auch, wo er einen Brief von ihr kriegt, dann liest er den ja, aber man sieht sie, wie sie den in die Kamera spricht und so, da gibt es schon so Szenen. Aber vierte Wand durchbrechen hatte ich gar nicht das Gefühl so richtig. Ja, schön wie die Zeit... Ich dachte, du hast schon wieder eingeschlafen. Nee, ich dachte, man hat eine Verbindung mehr abgeholt. Ich wollte fragen, ob wir zum Fazit kommen. Oder... Ja, beantwortet du auch mal Max' Frage. Nee, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die die vierte Wand durchbrechen. Also klar, Oliver Tate ist halt ein sehr präsenten Off-Kommentar die ganze Zeit auf den Lippen. Aber jetzt so ist mir das nie so richtig aufgefallen. Das siehst du überhaupt. Macht aber auch nichts. Ich meine, durch diese kreative Machart und so setzt sich der eh so ein bisschen ab von, sagen wir mal, so einer Standard-Teenie-Dramedy oder wie nennt man das? Romanze, keine Ahnung was. Deswegen kann man das Gefühl schon haben, dass durch diese Machart, wenn er auch diese komischen Filmszenen beschreibt, wie er sich's vorstellt und das er halt auch immer erzählt und dass du dann so komische Szenen hast, ist auch so Fantasie... Also er hat schon der Meta-Kommentare, das hat er schon. Genau, genau, das meine ich. Danke. Ja, schön. Aber ich kann mich gut mit ihm identifizieren. Ja. Irgendwie, keine Ahnung, das ist... Manche Leute würden behaupten, wahrscheinlich war er als 15-Jähriger genauso. Wobei, das ist ja auch so eine schöne Szene, wenn er mit ihr ins Kino geht und ihr dann vorher noch diese drei Bücher gibt. Irgendwie Fänger im Roggen, Shakespeare und Nietzsche. Typisch 15-Jähriger. Genau, genau. Wo er dann auch sagt so, dieses Shakespeare-Buch ist besser als das andere oder so. Ja. Oder ich bin nicht mit allen mit Nietzsche einverstanden, aber er hat sehr interessante Gedankengänge, wo man sofort weiß, du hast keine einzige Zeit davon gelesen. Ja, das fand ich halt eben, da musste ich öfter an Brick denken, weil das so unrealistische Dialoge sind für dieses Setting und für diese Leute auch. Also ich meine, was heißt unrealistisch? Irgendwie kam mir dann teilweise, als wäre der auch halb autistisch oder so. Weil so in dem Alter und in der Situation oder so, wäre man da nicht so offen oder nicht so ehrlich irgendwie. Auch wo er dann sagt so, hey, Donnerstag sind meine Eltern nicht da. Willst du vorbeikommen zum Bumsen so ungefähr? Mehr oder weniger. Das ist alles so ein bisschen komisch, aber es ist mega witzig. Der alte Romantiker. Passt gut. Ja, gut. Aber jetzt Fazit. Ja, früher war es für mich ein Fünfer. Jetzt mittlerweile ist es nur noch 4,5. Aber ich finde den immer noch bockstark. Hat was melancholisch-schwägerisches und ein einfach sehr, sehr, sehr schöner Film. Und es ist gleichsam schön, wie traurig, dass den so wenig Leute kennen. Ja, dem werde ich Abhilfe schaffen, weil ich muss den jetzt mal besorgen und ein paar Leuten zeigen, weil mir hat der auch super viel Spaß gemacht. Ich würde ihm jetzt auch keine 5 geben, weil irgendwie so auch ab da, wo sie sich dann trennen und so. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das dauert. Irgendwie im letzten Drittel hat es sich für mich ein bisschen gezogen, aber eigentlich ist das auch... Wie ein Sportkommensator bist du. Genau. Im letzten Drittel hat er vielleicht ein paar Schwächen gehabt. Da hätte er mal passen müssen. Da hätte er nach vorne gehen müssen. Da hätte er den freien Raum nutzen müssen. Genau, zum Abschluss schneller kommen können, aber trotzdem eine bockscharge Leistung von Richard gemacht. Super, klasse. Super, klasse. Wir fragen mal den Trainer Max Rauscher, was sagt er in den Spielen von... Ich gebe auch 4,5 von 5 Punkten. Obwohl meine Begeisterung vielleicht auch daher kam, dass das halt so ein unbekannter Film ist. Ich weiß nicht, ich muss ihn nochmal schauen, vielleicht wäre es dann weniger, vielleicht mehr. Ich habe keine Ahnung, aber ich gebe ihm jetzt mal 4,5, weil ich fand ihn super. Ich gebe ab ins Studio. Ja, dankeschön, hier ist der Rascher. Ich gebe ihm 4, warum gebe ich ihm keine 4,5 wie ihr? Das weiß ich nicht. Weil du ein herzloser Bastard bist. Nee, weil meine Skala irgendwie, keine Ahnung, die ist in diesem Jahr komplett kaputt gegangen. Also sagen wir es mal so, er hat mir, als ich ihn jetzt gesehen habe, ich bin danach da gesessen und habe gedacht, jawohl, schöner Film, meine Zeit gut genutzt. Das ist ja immer das Schönste, wenn man dann danach sagt, okay, die Zeit, die ich jetzt da investiert habe, habe ich mir in meiner kulturellen Gehirnhälfte, bei manchen Leuten ist das nur ein Viertel, bei mir sind es zwei Drittel, habe ich mir immer was Gutes getan. Die waren alle, meine Neuronen waren alle durchaus begeistert. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich denken würde, der, also ich bin sicher, da könnte noch mehr gehen. Aber da warten wir mal ab, was dann vielleicht noch so kommt. Ich habe den halben Punkt jetzt auch nochmal als Bonus für das Regiedebüt natürlich draufgelegt. Aber wie gesagt, ich muss den nochmal schauen, den werde ich auch bald nochmal in größerer Runde, wenn das mal wieder möglich ist, verdammte Scheiße, und dann schauen wir weiter. Aber vielen Dankst du, dass du mir diesen kleinen, schönen Film reingepackt hast. Ja, weißt du, nach dem Crossover-Debakel war mit dir Sinn nach etwas, was das Herz erwärmt. Ja. Sehr schön. Ein warmes Herz. Lecker. Ja, gut. Submarine ist ja unter Wasser. Oh. Aber auf dem Wasser ist man, wenn man von Indien nach Kanada fahren will, weil man sein Zoo verkauft hat. Und dann, bim bam, Bino, der Sturm kommt. Kurze Zwischenfrage, ist Live of Pi vielleicht sowas wie das Prequel-Sequel-Spin-Off-Zoo, wir kaufen einen Zoo mit dem? Ja. Wir verkaufen einen Zoo. Dem gehen wir jetzt auf den Grund. Den habe ich leider zum Glück nicht gesehen, deswegen kann ich dir das nicht beantworten. Das ist ein ganz schlimmer Film. Den habe ich 15 Minuten gesehen. Ich war da in der Sneak-Preview drin. Oh Gott. Wir kaufen einen Zoo mit Matt Damon. Ja, ist der nicht einfach so einem schrecklichen Regisseur? Cameron Crowe, der vorher sowas wie Almost Famous gemacht hat. Oh. Aber nach Almost Famous irgendwie nichts mehr gebacken bekommen hat. Ja, ja, deswegen nenne ich ihn auch den schrecklichen Regisseur. Ja, ja, egal. Aber Cameron Crowe, der weiß schon, wie ich es meine. So. Life of Pi. Yo. Ein Film aus dem Jahr Andi. Aus dem Jahr Andi. 2012 habe ich gerade gesehen, nicht 2013, wie ich vorher fälschlicherweise gesagt habe. Genau, 2012, acht Jahre, um Gottes Willen. Da habe ich ihn das erste Mal gesehen, vor acht Jahren. Post-Break Mountain, also nach Brokeback Mountain, oder? Du fragst mich Sachen. Ja. Ja. Ach stimmt, Ang Lee hat den gemacht, ja. Guter Mann, würde ich jetzt mal behaupten. Sehr gut. Zu Ang Lee habe ich ja keine allzu enge Beziehung. Na, Tiger and Dragon mag ich schon sehr gerne. Äh, ausgerümmten, keine Ahnung. Ja. Was hat er noch gemacht? Der hat doch jetzt diesen Gemini-Man rausgeschissen, der so scheiße sein soll, gell? Echt, ist der von Ang Lee, ne? Ja, der wird ja zum nächsten Cameron Crowe, glaube ich. Der ist schon echt ein lustiger Typ. Also, der hat ja auch diesen Hulk. Ich will den nicht haben verbrochen. Ich habe irgendwie so eine Hassliebe mit dem. Das ist schon. Ey, ey, jetzt bin ich mal ehrlich. Ich finde den großartig, seinen Hulk. Punkt. Ich muss den mal wieder sehen. Aber ich fand den nicht so scheiße, wie der gemacht wird. Ist das der Edward-Norton-Hulk? Nein. Nee, nee, da vorne. Eric-Banner-Hulk. Ah, okay, den habe ich damals sogar im Kino angeguckt. Also, darf ich mich nicht beschweren. Aber Ang Lee erinnert mich halt echt seit Birdemic immer an den Macher von Birdemic. Also, bitte. Also, Max, ich habe dich gerne, aber das ist Schwachset. Nee, nicht von dem, was er macht. Aber so, wie er aussieht. Die wirken halt beide wie so Leute, die Handys verkaufen. Ja, aber der eine Typ hat halt irgendwie einen Film gedreht mit schlecht animierten Vögeln und ein paar Leuten, die mit Bügeleisen, wie die Dinger heißen, vorgehen. Und der andere hat Meisterwerke wie Der Eissturm und Brokeback Morton und Tiger Dragon gemacht. Ja, aber beide mit animierten Tieren. Das wäre schön gewesen, wenn der Life of Pi dann irgendwie gegen diese, wenn die fliegenden Fische auch mit, keine Ahnung, so Gifs wären und Pi sitzt mit so einem Kleiderbügel auf dem Boot und wehrt sich gegen die fliegenden Fische. Das wäre schön gewesen. Naja, egal. Okay, also erzähl mal was zum Film. Ja, das basiert auf dem schönen Buch, was mir eben letzte Woche auf den Fuß gefallen ist. Es war gut, es war kein Hardcover. Es ist trotzdem, nee, es ist kein dickes Buch. Ich weiß gar nicht mehr. Wo ist es? Es hat ein sehr schönes Cover, deswegen habe ich mir damals ausgesucht. Und von Jan Martell, 2001 kam das raus. Ich habe, glaube ich, ja, das war im Leistungskurs Englisch. Mensch, das war schön, weil ich hatte immer keinen Bock Bücher zu lesen und war dann immer ganz froh, wenn ich eins lesen musste und das war ganz gut. Das wäre auch ein schönes Thema mal. Filme über Bücher, die man mal lesen musste. Gott, da muss ich ja. Egal. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt ein Buch, das ich mal lesen musste, verfüllen. Oh, doch. Hier nämlich, nebendran, bei mir ist nämlich noch The Cider House Rules mit Michael Caine und Tobey Maguire. Das musste ich auch da lesen. Und da gibt es ja auch einen Film dazu. Na, egal. So groß die Auswahl ist dann nicht. Ist ja auch egal. Es geht darum, es geht um einen kleinen Pie. Kommen wir gleich mal zum Coming-of-Age-Aspekt. Man sieht, wie er aufwächst in Indien mit seiner Familie, die ein Zoo betreiben. Und da lernt er alle möglichen Religionen kennen durch Zufall. Sein Vater und seine Familie sind eigentlich relativ aufgeklärt und denken eher an Wissenschaft anstatt an Religion und so. Aber er macht in seiner Kindheit Begegnungen mit allen möglichen Religionen. Dann wird irgendwann, dann ist er ein bisschen älter, dann wird irgendwann der Zoo verkauft und sie müssen nach Kanada rüberfahren mit den ganzen Tieren, weil sie die da verkaufen wollen, um ein neues Leben aufzubauen. Und dann geht das Schiff unter. Alle sterben und Pie ist alleine mit einem Tiger, einer Jähne, einem Orang-Utan und einem Zebra auf einem kleinen Rettungsboot und muss halt überleben. Ja, das sind aber auch nur ganz kurze Rollen. Ja, genau. Und was kann man so in dem Film noch sagen? Das war jetzt die Handlung, glaube ich, kann man sagen. Es wird halt auch sehr retrospektiv erzählt. Am Anfang sieht man, wie ein Journalist zu diesem alten Pie hinkommt. Also der Pie ist mittlerweile erwachsen, erzählt die Geschichte rückblickend. Und das ist ein wichtiger Aspekt für dieses Films, was ich ganz spannend fand. Aber es gibt noch ganz viele andere Themen. Aber was immer, wenn irgendwie viele Leute über den Film sprechen, was natürlich heraussticht, ist, deswegen habe ich ihn auch gerne wieder hier auf der Leinwand geschaut. Und ich glaube auch, dass man den nicht auf dem Laptop schauen braucht, weil die Themen, die in dem Film drin sind, die kommen ein bisschen kurz im Gegensatz zum Buch. Dafür ist der Film aber trotzdem ein grandioses Abenteuerspektakel, kann man schon sagen. Das macht schon Spaß. Also ich habe mir den Film hier mit einem Lockdown-konform nur einer Person angeschaut. Der kannte ihn noch nicht. Und ... Dachte mit deinem Tiger. Mit einem Tiger, genau. Und das ballert schon rein. Also ab, ich glaube, die erste ... Also das Erwachsenen, die Kindheit vom Pie, die dauert, glaube ich, nur eine halbe Stunde oder so. Kann das sein? 35 Minuten oder so. Dann sind sie auf dem Meer. Dann geht das Schiff unter. Und ab da ist es schon echt. Also dieser Schiffsuntergang. Ich habe hier mal richtig aufgedreht, die Anlage auf Leinwand. Das ging schon ganz schön ab. Also das ist schon faszinierend. Kann man schon sagen. Also ich mag bei dem Film jetzt beim zweiten Mal gucken immer noch die ... Ich habe immer noch die gleiche Meinung wie beim ersten Mal gucken. Ich kann mich an meine erste Meinung nicht mehr so genau erinnern. Deswegen fand ich es spannend, den jetzt nochmal zu schauen. Ich fand den, oder da komme ich jetzt eigentlich schon meiner Meinung halt ... Komme ich gleich mal raus, ne? Am Anfang ist er so ein bisschen gediegen. Also ich finde so diese Geschichte in Indien ein bisschen ... Keine Ahnung. Ja. Er lässt sich Zeit. Er lässt sich Zeit. Und ich finde ihn auch nicht sonderlich interessant, irgendwie die Sachen, die er da so zu erzählen hat. Ja, ab und an. Die eine oder andere Geschichte passt schon. Dann kommt die Schiffsfahrt und das Schiff geht unter. Und ich sitze da und denke mir, oh, das ist so gut, so geil. Und dann, wenn praktisch der Sturm aufhört und er auf diesem Schiff denkt, dann finde ich ihn einfach nur noch langweilig. So ist für mich Life of Pi das erste Mal gewesen. Und so war er bei mir jetzt auch das zweite Mal. Also bei mir hat sich nach der Drittsichtung jetzt auch nicht viel geändert. Ich fand den Anfang ganz schön erzählt, aber nimmt sich echt zu viel Zeit. Der Untergang ... Andi, schaffst du es, sagen wir mal, deine Kippe anzusetzen? Das ist ja schlimm. Ich werde es muten, keine Angst. Aber irgendwie sind alle meine Feuerzeuge gerade leer. So eine Scheiße, ey. Aber lass sie nicht ablenken. Wie gesagt, ich mute meine Spur. Das passt schon. Okay. Ich werde es noch mal eine Zeit lang versuchen. Der Untergang ist Bombast pur. Und danach, finde ich, wird er zum absoluten Märchen mit unglaublich schönen Szenen, die mich wirklich gefangen nehmen. Und am Ende kommt halt so die Moral von der Geschichte. Das heißt, ich finde ihn wahrscheinlich wesentlich besser als du, Max. Ich verbinde mit dem Film aber auch einen ... Ich hatte mal wegen dem Film eine sehr lange Diskussion. Das weiß ich noch. Mit Gott. Nein, mit zwei Freunden. Ich habe mit denen den Film geguckt. Und die haben sich halt tierisch darüber aufgeregt, warum muss man jetzt zeigen, dass die Hyäne den Pavian oder den Schipansen, was das für ein Tier ist, tötet oder so. Wo ich dann auch dachte, ey Leute, ganz ehrlich, ihr habt gerade gesehen, wie dieser Ozeandapfe untergeht, wo wahrscheinlich jetzt 500 Leichennetz auf dem Meer rumliegen. Das ist euch egal. Aber wenn ihr irgendwie ein Tier verreckt, dann kriegt er einen Affen. Das ist halt Affenkrieg. Okay, diesen Einwand verstehe ich auch nicht. Du, das verstehe ich gar nicht. Ich erinnere mich noch dran, dass ich das erste Mal, weil ich habe das Buch gelesen und ich meine, im Buch siehst du ja nichts, musst dir alles vorstellen. Und dann wurde er am Schluss, ich glaube, das sind noch mehrere Kapitel, wo er die Geschichte nochmal neu erzählt, in dieser anderen Variante, dass der Schiffskoch alle umgebracht hat und Leute gegessen hat. Also diese wirklich schlimme Variante, die stellst du dir natürlich, wenn du es liest, genauso bildlich vor wie den Rest. Und ich weiß noch, beim ersten Mal fand ich es, das heißt schade, natürlich muss ich das jetzt nicht auf den letzten, dann wird der Film drei Stunden dauern. Aber trotzdem war ich da ein bisschen enttäuscht, dass man ihn so lange sieht, wie er diese Story erzählt, dass man das nicht nochmal in Bildern sieht natürlich. Und das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Und ich finde, da kommt einer der gleichzeitig schönsten Sätze und andererseits auch wieder beschissensten Sätze. Sätze, weil wo er dann sagt, so von wegen, ja die zweite Geschichte, die wollten sie dann hören, die haben sie gekauft, waren total schockiert. Und dann sagt er noch dem anderen Typen, ja welche magst du jetzt eher, so ungefähr. Also wenn man das will, geht es ja auch so ein bisschen um Geschichten erzählen, weil vielleicht war es ja so, dass einfach alle draufgegangen sind und der ist alleine auf dem Boot gefahren. Aber er hat sich halt eine schöne Geschichte, es ist so ein bisschen fantasievoll halt so die Message, keine Ahnung was. Aber was ich immer nicht mag, was ich am Anfang eigentlich ganz cool fand, wo er die Religionen kennenlernt und eigentlich so die Message ja auch ein bisschen ist so, naja man muss jetzt nicht, was ja auch schon öfter kritisiert wurde von unserem Spätzle, dem Wolfgang Schmidt zum Beispiel. Der hat jetzt auch schon irgendwie den Film irgendwie vorgeworfen, dass das so eine Scheiß-Message ist, dass man sich wie in der heutigen Zeit aus allem das Beste raussuchen kann, finde ich überhaupt nicht. Wenn es um Religion geht, finde ich schon könnte man hinterfragen, ob man so streng an eine glauben muss oder ob man nicht ein bisschen offener sein soll, finde ich gar keine schlechte Message ehrlich gesagt. Aber am Schluss, wo er dann sagt, ja willst du jetzt eher, welche willst du eher glauben und dann sagt er ja, ich nehme die schönere oder das gefällt mir besser und dann so, ja genauso ist es mit Gott. Also irgendwie, ich fand das eigentlich nicht religionskritisch, aber so ein bisschen eine relativ offene Verhandlung mit diesem ganzen Thema und so. Aber am Schluss war mir dann doch zu religiös dann irgendwie mit diesem Satz auch noch und so. Also ich muss sagen, ich bin jetzt kein religiöser Mensch, deswegen war mir diese ganze Frage von welcher Religion ist besser, was ist wo, ehrlich gesagt vollkommen egal. Ich habe mich nur in diesem Rausch verloren der Bilder und ich weiß noch, als ich das erste Mal geguckt habe, auf Blu-Ray dachte ich mir, verdammt, warum habe ich die nicht im Kino geguckt? Ein Kino, weil auch das 3D ist ziemlich fetzig. Also ich meine, 3D ist ja meistens relativ für den Arsch, glaube ich. Also mittlerweile schaue ich mir auch keinen Film mehr auf 3D an, weil das ist ja nur noch Geldmacherei. Geldmacherei, das auch, aber bei jedem Marvel-Film oder so, ich weiß gar nicht, kommen die auf 3D raus? Das ist ja völlig egal. Ich glaube, bei Avatar war ich noch im Kino und dachte mir, bei dieser einen Szene, wo sie in diesem Aufwachraum aufstehen oder bei Megamind oder so, da gab es einzelne Szene, wo ich dachte, hey, das ist ja richtig geil, das flasht mich jetzt hier. Und Life of Pi war eben auch einer von denen, dass ich mir mal dachte, geil, da bringt das 3D auch was. Da sitzt du wirklich im Kino, wo er zum Beispiel unter Wasser sitzt, unter Wasser schwebt mehr oder weniger und du siehst im Hintergrund das Boot untergehen. Das war einfach super krass, hey. Also das war wirklich gut eingesetzt. Aber ich weiß schon, also ich glaube auch, dass jeder, der den Film schaut, vielleicht auch, wenn man das Buch nicht gelesen hat, dass man sich dann auf diesen Abenteueraspekt so konzentriert, weil das später relativ fallen gelassen wird irgendwie. Also seine Lehren vom Anfang sozusagen. Ich finde, es ist schon sehr deutlich, dass da schon was hinter steckt, weil es passieren ja auch nachher Sachen, weil der Film ist ja zu Beginn wirklich in der Realität verankert und nach diesem Schiffbruch passieren ja immer mehr Sachen, die, also spätestens, also schon davor, aber die fleischfressende Insel zum Beispiel. Also es ist halt ein Märchen. Ja, ja schon. Das finde ich nämlich ganz spannend, dass du dann da, ab da finde ich auch schon das mit dem, und das finde ich, ich glaube, ich hatte damals auch das Gefühl bei dem Film, dass ich es geil fand, dass der Film teilweise so, das ist ja schon unrealistisch, wenn du zum Beispiel, wie das aussieht, wo er auf dem Wasser da gleitet und diese Spiegelungen oder so. Oder zum Beispiel auch nachts dieser Wal, wie das alles so leuchtet. Ich meine, da gibt es diese komischen Leuchteplankton-Sachen bestimmt irgendwo, keine Ahnung, aber das sieht nicht so aus, würde ich jetzt mal behaupten. Es ist schon sehr traumhaft irgendwie. Und ab dieser Insel, da dachte ich mir schon, im Buch auch schon, jetzt fängt er an zu spinnen, wahrscheinlich halluziniert er mittlerweile und so. Und im Film siehst du dann ja auch noch die Insel von weiter weg und das ist ja so ein liegender Mensch dann irgendwie. Wisst ihr noch, diese Bäume, die sehen ja so aus wie so ein liegender Mensch, dein Wasser. Und da denkst du dann auch schon so, ja okay, das ist alles Fantasie so ungefähr. Und deswegen finde ich halt das Ende spannend, wo er die andere Geschichte nochmal erzählt, dass du dir halt denkst, ja okay, vielleicht ist es wirklich anders passiert. Aber er hat vielleicht in seinem Trauma sich einfach eine andere Geschichte ausgedacht, keine Ahnung. Das finde ich ganz offen und ganz spannend eigentlich. Ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn Filme sich nicht so wirklich entscheiden können, welchen Weg sie jetzt irgendwie, oder wenn sie praktisch verheimlichen wollen, welchen Weg sie eigentlich einschlagen wollen. Und da finde ich, dass das durchaus wahrscheinlich der Film ist, bei dem Ang Lee irgendwie gesagt hat, so jetzt mach ich mal irgendwas mit ganz viel VFX und so richtig geilen, was weiß ich, CGI-Geschichten und bastel mir da mal meine Fantasy-Welt zusammen. Und da finde ich, blöderweise macht so dieser Story-Hintergrund mit dem etwas religiös, Schrägstrich, lebensphilosophischen Hauch dem Ganzen ein bisschen, also es entgeilt diese Geschichte ein bisschen. Weil es, das ist so wie mit so schönen Bildern, wenn sie zu schön sind und ein bisschen einen falschen Vibe bekommen, dann können sie ja ein bisschen kitschig wirken. Und am Kitsch kratzt er doch hin und wieder mal, finde ich. Ja, das finde ich auch. Ja, ich muss auch sagen, Life of Pi ist kein Film, wo ich sage, den werde ich mir jetzt in Zukunft nochmal angucken. Ich fand die erste Sichtung stark, zweite Sichtung war dann auch schon, wo ich dachte, okay, ja, er hat seine Fehler, aber trotzdem schön. Und jetzt bei der dritten Sichtung dachte ich mir echt so, okay, ich sollte es sein lassen. Ich glaube nämlich, dass der Film nach jeder Sichtung noch mehr verliert. Ja, das finde ich immer schade, weil eigentlich dieser Unterbau von diesem Ganzen, was du gerade gemeint hast, philosophischen Bullshit und so Dings, der macht den Film halt jetzt auch nicht besser. Und ich finde es zwar schön, so eine Survival-Abenteuer-Story, und die finde ich auch echt gut in dem Film, weil ich finde zum Beispiel, also abgesehen von dem krassen CGI und so dieser Tiger, ich finde das so gut, also auch in dem Buch zum Beispiel, das ist im Film nur so angekratzt, ey, in dem Buch habe ich alles gelernt, wenn ich mal auf dem Meer bin oder so, dann weiß ich Bescheid von vorne bis hinten, weil da werden ja wirklich die kompletten Manuals durchgeblättert und so, was man wie machen muss und so. Sehen Sie hunächst, Andi Pawlitzki allein auf dem Chiemsee. Und ich fand, das macht der Film schon ganz gut, so wie er dann halt versucht, diesen Tiger zu zähmen, seine Rationen einzudingsen und so, auch wie er dann anfangs da so rumhängt und die Haie kommen und dann, ich finde es auch spannend, also ich finde es echt, wir saßen echt so da, der, der, mein Kumpel, der hier saß, der kannte ihn noch nicht und der war schon auch echt ziemlich gefesselt, also wo die dann, wo er immer aufs Boot wieder flüchten muss, also auf sein Rettungsboot und so, das ist schon echt gut gemacht und auch denkst du dir so, jetzt zähmt er den Tiger, zähmt er nicht, klappt das, klappt das nicht. Ich fand das schon echt ganz cool und spannend gemacht, also ich schaue mir lieber Life of Pi dreimal an, als Castaway zum Beispiel. Ja gut, Castaway ist ja wieder eine, der hat ganz andere Probleme, aber zwei Dinge, das erste, ich wollte irgendwas zum Coming of Age Aspekt des Films sagen, ich hätte es, irgendwie glaube ich, wäre der besser geworden, der Film. Beziehungsweise vielleicht auch das Buch, das kann ich jetzt schlecht beurteilen, wenn dieser Coming of Age Aspekt mehr auf dem Schiff gewesen wäre, dann lassen nicht 220 Tage auf so einem Schiff sein, sondern 220 Jahre oder sowas. Nee, also ich finde, der Film, der hätte so ein bisschen mehr noch eine Prise von wo die wilden Kerle wohnen oder Herder fliegen oder sowas brauchen können. Und das zweite ist, eine Frage an dich, Andi, kommt in dem Buch dieser Aspekt, weil er kämpft ja mehr oder weniger dann, weil der Tiger ist ja symbolisch auch für ihn oder soll ja ihn darstellen. Merkt man das dann im Buch, dass er, wenn er mit dem Tiger kämpft, eigentlich mit sich selbst irgendwie kämpft, beziehungsweise halt mit dem Tiger interagiert, dass er mit sich selbst interagiert, dass er sich in dieser Extremsituation von außen betrachtet? Das ist 18 Jahre her, muss ich jetzt sagen. Okay, gut. Ja, dann stehe ich diese Frage im Stu. Ja, das ist auf jeden Fall so. Ja, ich weiß gar nicht genau, weil diese Analyse, die dieser komische Reporter dann am Schluss anstellt, ist ja auch die Frage, ob die dann stimmt. Aber, gute Frage, weiß ich gar nicht mehr genau. Ich weiß gar nicht, von was er ausgehen soll, ob das stimmt oder nicht stimmt. Aber gehen wir alle davon aus, dass weder das eine noch das andere stimmt? Ich habe es so verstanden für mich, dass die zweite Geschichte stimmt, die er dann diesem Polizisten erzählt hat. Ja, ich nehme es auch. Gut. Ich weiß gar nicht so. Ich finde auf jeden Fall auch das spannend, weil du das gesagt hast, ob er der Tiger ist irgendwie, das mag ich aber halt auch, dass diese Co-Abhängigkeit, sagen wir es mal, da auf dem Schiff und so, weil er sagt es ja auch die ganze Zeit, naja, wenn der nicht da gewesen wäre, dann wäre ich schon längst tot und so. Also, ich finde es schon, mir macht es, machen wir noch Spaß. Also, für mich ist ganz klar, dass er der Tiger ist, weil der Tiger verschwindet ja am Ende des Films entkräftet in diesen Urwald und man weiß ja, dass er ja dann auf diesem Boot halt gegen diesen Koch gekämpft hat, übrigens Gérard Depardieu. Und deswegen war es für mich relativ klar, dass der Tiger für seinen Überlebenswillen steht und dass er halt eben auch Sachen machen muss, die er vorher nicht machen wollte, also die jemanden umbringen und all solche Sachen halt, ja. Also, das war für mich relativ eindeutig. Aber ich bin auch clever. Ja, die Interaktion funktioniert dann, glaube ich, ja, weiß ich nicht, also vielleicht ist der Roman, vielleicht ist der besser als das Buch, äh, Schmarrn. Ja, der Roman ist definitiv besser als das Buch, ja. Ja, ich habe nur noch im Kopf, also wie gesagt, das ist echt schon tausend Jahre her, ich fand halt erstens diese Auflösungsgeschichte um einiges krasser halt als jetzt hier im Film, weil das halt viel mehr Raum einnimmt. Und außerdem fand ich halt, dass ich irgendwie diese, erstens war halt dieser Anfangsteil länger, also vom Abschnitt irgendwie und auch, meines aber immer bei Büchern so, dass das halt einfach, ich fand es halt immer total spannend, wie das beschrieben war. Und du dir natürlich das Boot nicht vorstellen konntest und die ganze Zeit wusstest, so, oh Gott, wo ist der Tiger und so und Hilfe und da, ich dachte auch, das Boot wäre viel größer, ehrlich gesagt, weil du immer denkst, so, hey, wie kann das denn jetzt funktionieren hier gerade und so. Aber ich fand, das hat der Film echt saugut gemacht, also ich weiß noch, dass ich aus dem Film rauskam und dachte so, hey, das war ja richtig geil, also jetzt was, was das Buch mir da so vorgegeben hat, äh, wie sie dieses Abenteuer da umgesetzt haben, fand ich Hammer. Ich fand nur, dass ich diese Themen, äh, die den jetzt auch ein bisschen abheben vielleicht von sowas wie, pff, anderen Survival-Stories und was auch eigentlich den Coming-of-Age-Charakter so ein bisschen ausmacht, dass du halt, äh, Lehren, die er anfangs noch gelernt hat, ihm dann auch weiterhelfen, über das durchzustehen und so. Irgendwie fand ich das im Buch ein bisschen schlüssiger. Ich meine, er sagt jetzt hier auch öfter mal, äh, hier, danke Vishnu für den Film, äh, für den Film, für den Fisch oder so, aber es ist schon sehr zurückgedrängt dann. Das ganze Anfangsthema ist ja dann in der Mitte des Films gar nicht so richtig vorhanden irgendwie. Ein Buch hatte ich das Gefühl, als wäre das so ein, als würde es sich so durchziehen, wie so ein roter Faden. Ah, naja. Der Film ist schon ein bisschen zerhackt. Also ich kann das dann auch verstehen, äh, wenn man sich die erste halbe Stunde ein bisschen langweilt, wie gesagt. Ich fand's ganz spannend. Ich fand's auch irgendwie immer unterhaltsam gemacht. Ich fand's jetzt nicht langweilig, aber wenn man jetzt natürlich reingeht, den Trailer gesehen hat, so, ey, wann ist der Typ auf seinem Boot mit dem Tiger endlich mal? Kann ich mir schon vorstellen, dass man erst denkt, was wollen die mit dem Religionsquatsch jetzt? Aber das ist ja eigentlich das Hauptthema des Films ist, oder des Buches, meine ich jetzt. Ähm, kommt in dem Film dann, kommt jetzt dann doch eher als Abenteuer-Survival-Film rüber, als religiöser Coming-of-Age-Film. Keine Ahnung. Obwohl in dem Buch natürlich auch dieses Survival-Ding den Hauptteil einnimmt, aber da wird es halt noch verwoben mit diesen ganzen Themen so ein bisschen besser, hab ich das Gefühl gehabt, glaub ich. Naja. Machen wir mal ein Fazit. Yes. Nee, aber ich muss sagen, also ich mach das mal als Erster. Ich fand den Film immer noch sehr spaßig. Wie gesagt, ich würde mir den nie auf einem Laptop oder auch auf einem kleinen Fernseher oder so anschauen. So spannend ich einzelne Aspekte finde, jetzt am Anfang auch mit den verschiedenen Religionen. Der Film ist dafür viel zu glatt gebügelt, dass jetzt da, dass es groß kritisch wäre oder so. Der Film ist gar nichts kritisch. Ich meine, am Schluss sagt er noch so, oh Gott, das ist geil, mehr oder weniger. Deswegen, keine Ahnung, da konnte ich noch so atheistisch analysieren, wie ich wollte, hat nicht geklappt. Der Film ist dann doch ein bisschen esoterisch und religiös, aber trotzdem dieser Abenteuer-Aspekt in der Mitte, der gefällt mir auch super gut. Und ich gebe dem 3,2 Punkte. Aber wie gesagt, laut und groß muss es sein, dass der Mittelteil Spaß macht. Ich gebe 3,5. Ich finde, dass es immer noch ein sehr schöner Film ist. Ein sehr lauter Film, ja. Ein sehr visueller Film. Ich hatte da jetzt auch mit der Drittsichtung meinen Spaß, aber wie ich schon sagte, ich habe jetzt nicht vor, den allzu bald wiederzusehen, weil er hat schon von Sichtung zu Sichtung verliert. Der mehr, aber trotz allem bin ich mit dem Film sehr zufrieden. Also ich muss objektiv, müsste ich ihm jetzt auch 3,5 geben. Objektiv ist für Sitz besser. Wir sind hier subjektiv. Ja, ja. Weil ich meine Machart und sowas, da braucht man sich nicht streiten. Ich meine, da sind schon Sachen mit dabei, die sind visuell echt Granate. Banner. Ach, das wollte ich noch dazu sagen. Ja, bitte. Der Ang Lee, der hat ja jetzt auch nicht sich selber auf das Projekt gesetzt und hat gemeint, ich mache jetzt hier einen Effekt-Blockbuster geil und so. Sondern er wurde gefragt, das zu machen. Und irgendwie in Interviews, wenn man es auch sieht, ist er ein bescheidener Typ und so. Und das wirkt schon eher so, als hätte er da so, ja, Pionierarbeit geleistet. Da wäre er natürlich auch selber ein bisschen überrascht gewesen, wie geil das funktioniert so ungefähr. Also er hat jetzt nicht gesagt, hey, jetzt mache ich mal, jetzt lasse ich mal richtig einen raus. Sondern er wurde gefragt und hat gemeint, ich habe das Buch vor zehn Jahren gelesen, ich fand es geil, ich würde es gerne versuchen. Aber ob das was wird, mal schauen so ungefähr. Also es war jetzt nicht seine Vision, da so ungefähr den krassen Effekt-Blockbuster draus zu machen. Wurde es dann trotzdem irgendwie. Aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich habe es vergessen. Keine Ahnung. Das, weiß nicht. Ich wollte weiter fortführen, dass ich ihm subjektiv aber wahrscheinlich nur 2,5 Leiter geben kann. Ist halt, der erwischt mich einfach nicht. Der kriegt mich nicht. Da bin ich dann wie so ein Fisch und Glitsch dem dann immer wieder raus. Du gottloser Bayer. Ich kann das aber voll verstehen, weil ich muss auch sagen, ich glaube auch, dass der bei mir immer mehr verlieren würde, weil jetzt auch eben diese Themen dann nicht mehr den Film anheben, sondern eher so Beiwerk sind. Und diese Survival-Story in der Mitte, wie gesagt, die macht schon Spaß, wenn es einem Spaß macht irgendwie. Survival is fun. Mit Andi Papelitzki. Es macht Spaß, wenn es Spaß macht. Außerdem müssen wir noch den Hauptdarsteller, sein Schauspiel-Debüt, also das hat er schon gut gemacht, der kleine Buschi. Das war ganz lustig, weil den haben sie dann auch isoliert am Schluss von den Dreharbeiten, dass er halt auch so ein bisschen verloddert und so. Und dann irgendwie war das schon so halb Method-Acting, obwohl der noch nie einen Film davor gemacht hat. Also ich habe so ein paar Interviews gesehen. Wir haben eben gesagt, das ist einfach die Realität. Du bist jetzt hier. Der war halt dann echt einfach der Einzige die ganze Zeit und musste die ganze Zeit mit irgendwelchen Tennisbällen rumwerkeln und so, weil diese Viecher natürlich alarmiert sind. Aber da war ja kein Schauspieler mehr da. Und deswegen hat ihm dann Ang Lee mit einem Megafon anscheinend von 500 Meter Entfernung auf seinen Wassertank zugerufen, irgendwelche Sachen. Und der war dann die ganze Zeit nur noch alleine. Also das ist schon beeindruckend, finde ich. Außerdem mochte ich es, wenn das Bildformat immer gewechselt hat. Es wurde doch immer schmaler, wenn es zum Beispiel Nacht war so, dass es so ein bisschen höher aussieht. Und zum Beispiel, wo diese fliegenden Fische rumkommen, dann wird es so Breitformat und die Fische fliegen dann über den Frame raus und so. Das fand ich sogar in Nicht-3D ist es ein guter Effekt gewesen. Das ist schon schön. Kleinigkeiten. Was auch ein schöner Effekt ist, bei jedem Ende einer Horstfolge ist, wenn das nächste Thema enthüllt wird. Oh Gott. Und Max ist dran. Ihr wolltet wissen, was ich mir eigentlich ausgesucht hätte, oder? Ja. Bis ich dann aus Versehen wieder auf den Google Rantmeiser drückte und merkte, das Thema, das er mir vorschlägt, ist viel cooler. Und zwar wollte ich eigentlich, ich schreibe mir nämlich immer nur die Nummern auf, die muss ich dann suchen. Die künstliche Intelligenz ist uns einfach schon überlegen. Und zwar genau ist es, hätte ich ausgesucht Nummer 399, Plastic as Hell, Filme, die so perfekt aussehen, dass sie schon wieder scheiße aussehen. Aber, dann hat mir der Google Rantmeiser Folgendes vorgeschlagen und das werde ich jetzt nehmen. Fanfare. Wir nehmen zum nächsten Mal. Tine Wittler freut es. Doppelpunkt. Filme mit außerordentlichem Möbelstil. Oh Gott. Ja. So klingt Freude. Wer ist Tine Wittler? Das ist die Cindy von Ikea, statt aus Marzahn. Das war mal so eine Moderatorin, die hat jahrelang bei RTL irgendwie Leute heimgesucht, hat gesagt, ihr wohnet scheiße, ich baue euch das jetzt mal um. Haunted aus, sozusagen. Für Ikea, Freunde. Ah, puh, guter, guter Dings. Ich nehme die Chroniken von Narnia, da geht's doch um den Schrank, oder? Ja, aber ist der außergewöhnlich. Ich weiß es, ich hab den Film nicht gesehen. Also, 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 mir flattern gerade. Der muss doch schön sein. Mir flattern gerade zwei Filme vor Augen. Aber die dürfen wir ja nicht nennen. Nein. Äh, da müssen wir uns jetzt ganz kurz bei unserem Sponsor bedanken. Nichts. Ikea. Vielen Dank. Ich will so bleiben, wie ich bin. Nichts. Nichts. Ah, stimmt. Du darfst. Ah, kacke. Das ist ja in unserer verlorenen Folge jetzt Untergang, dass wir von du darfst gesporen sollten werden. Da müssen wir immer auf dieser negativen Note enden. Äh, wir können ja damit enden, dass wir sagen, das Crossover war trotzdem sehr schön für uns, bis auf das Ende, als dann der große Reveal kam. Und dass wir mit den beiden Damen von Boots und Blockbusters durchaus sowas in der Chemie hatten, nachdem die beiden sich erstmal an unser Gesappel gewöhnt haben. Ja. Ja. Und wir werden versuchen, das in Zukunft irgendwie nochmal zustande zu bekommen. Mit so einer richtigen Aufnahme. Mit einer richtigen Aufnahme. Mal sich vorher absprechen, wer was macht und so. Nicht einfach drauf losladen. Und, naja, erstmal von unserer Seite hier Grüße an Arlind und Andrea. Ja, glaube ich. Ich spreche auch für euch. Auf jeden Fall. Ja, sollten wir auf jeden Fall wiederholen. Yo. Was war denn jetzt für eine Folge? 23 oder 24? 23, ja. Dann kommt dann 24 das nächste Mal. Und dann darf der Herr Papelitzki eine Folge aussuchen, die dann wieder vielleicht einen Gast beherbergen wird. Aber da wissen wir noch nichts. Nein, nein, nein. Eins nach dem anderen. Gut, dann hat es Spaß gemacht. Ja, schön war es. Wir haben sehr viele Informationen austauschen können. Dank Trivia, man. Mit uns selbst. Und Grüße an alle, die uns da draußen gehört haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte. An jeden, von denen Sie glauben, unser Podcast gehört genau um deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können auf den Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die Bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals. Und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate-Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.